Wegen Max zu Sonnertrechnung. Echt? Nicht runterzuschubsen. Oh Goro! 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 Nein! Hinter dir! Hinter dir! Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde TTT. Anfangsteen! Ich bin Max Max live und Tau Tau. Hallo! Kundan hat einen gekauft! Ich hab Tab gedrückt! Er hat uns vorgelesen. Er ist anfangs Leck runtergefallen wegen Max. Echt? Nicht runterzuschubsen. Oh Goro! Goro! Nein! Hinter dir! Hinter dir! Goro! Julie! Julie! Was ist los, boy? Ach komm! Ich werde den jetzt erschossen? Maxi hat jetzt! Ne, ich hab Julie erschossen, aber doch nicht den hier! Aber Klabotzer ist hinter dir! Hey, warte mal! Was ist das? Präventionsschuss hier! Drei Leute sind auf jeden Fall schon wieder... Also Maxi, du hast auf jeden Fall den da unten gekillt! Ich hab Julie gekillt! Da oben hab ich's nicht gesehen! Dalo und Goro sind auch tot! Dann bleib dir nur noch Kunde dran! Weil Goro und Dalo umgebildet haben und von Julie erschossen worden, Dalo von Julie erschossen worden ist. Nachdem Goro runtergefallen ist anscheinend. Ist Maxi safe bis? Maxi hat jemanden da unten getötet, der noch unidentifiziert ist. Ja, da versuche ich auch grad hinzukommen. Ich glaube, ich sterbe gleich am Fallschaden. Wenn ich tot bin, ist es übrigens der Boss gewesen. Ja, Julie hab ich umgekriegt. Genau, er hat Julie getötet. Er ist safe auf ihn. Da ist Kunan unter dir. Deadwinger. Das kann sein. Das ist aber oben bei euch drin. Naja, er ist bei uns oben. Das kann Deadwinger sein. Ich warte noch einen Moment, Fiston. Er hat auf jeden Fall auf dich gesnipert, deswegen hab ich ihn abgeknallt. Er hat auf mich gezielt, das stimmt. Er hat geschossen. Ja, hinter mir. Hinter dir. Ja, ich treffe aber. Das hast du noch erwischt, ey. Ja, ja, ich weiß. Goro hinter dir, er dreht sich um Baby. Das war auch verführerisch auf dem Rohr. Da hat sie mein Rohr verführt. Mit dem Baby. Das Babyrohr. Zum Glück ist Nils weg, ey. Oh, das Shots fired. Das mag er nicht. Was hast du gegen Nils? Geil. Das wäre gut. Oh, 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 oh. Komm, wir fliegen noch ein bisschen mehr rum. Roll das Fass rein. Da ist es. Oh, es ist kurz. Es ist kurz. Ich habe die Sache entschärft. Ich habe geregelt. Denn da ist der Regen. Ach, der launcht der. Das ist ein Error. Das ist ein Errorfisch. Sollen wir die Plasma hinterher? Was soll ich machen? Auf Botza. Zum explosiven Fass, ja. Auf Botza, pass auf! Ich finde es so schön hier, Traitor zu sein. Ich glaube, Maxi ist es nicht. Wer sonst nicht so besorgt ist. Okay, Leute, ich riskier mal was. Huah! Da kommt was vom Guru. Was haben sie denn da? Das ist ein Disco. Was ist denn hier? Die Tür ist ein Error. Die Tür ist ein Error bei mir. Grundrahm! Hier ist keine Tür. Irgendeiner hat das Fass angeschossen, was hinter TauTau lag. Und wo ist TauTau jetzt? Tot. Dalu hat das Fass angeschossen. Dalu blödelt halt häufiger mal so rum. Dead Ringer ist angegangen oben. Ganz oben auf der Plattform. TauTau. TauTau hat das Dead Ringer gehabt. Maxi! Fun! TauTau, frei zum Abschluss. Ist er auch noch safe. Da oben ist er drin, Leute. Oder ganz oben drauf kann er auch sein. Ganz oben drauf, ja, ja. Er steht oben drauf. Oh Gott, wie hoch sind die Dremden denn hier? Oh, guck mal da oben die. Haha! Boah! Boah! Toll, jetzt bin ich oben und jetzt ist er tot. Ja, super. Wofür habe ich denn den Weg auf mich genommen? Vielleicht um sie mit dem Fass... Ah! Das war knapp. Das war ein Mordanschlag. Verrückten. Juli hat Goro runtergeschobst. Nee. Und er hat dich Arschloch genannt, Juli. Das ist nicht so fein. Das war dein Drecheisen. Ich hab's gesehen. Mein Drecheisen. Dein Drecheisen hat Goro runtergekippt. Ganz viele Discos. Oh Gott. Komm, wir bringen doch was drittes da rein, das hat auch ein Loch in der Fahne. Jetzt wird's der Bär, da habe ich nix mit zu tun. Das Fass hat sogar ein Loch auf. Was macht ihr mit dem Arm? Meinst du Tauter oder Fist? Deine Ehre. Die Ehre. Hey, was ist das hier, ne Silent Snimer von Kundra? Ehre und Kno, wobei in einen Satz war. Oh, SS-Silence. Wow, das war ganz schön Krapkis. Was ist das Wort? Dort ist deren Hobby. Ey, warte mal, einer hat sich entfernt von der Gruppe. Wer denn? Irgendjemand ist da hinten reingegangen, oder? Julius ist nicht hier, oder? Fisk ist tot. Hallo, ist hier jemand? Julius ist nicht hier. Koro schießt auf die Feste. Was haben sie hier gemacht in den Containern? Kundra hat eine Faust der Silence. Das ist vollkommen richtig. Mach den. Hört nicht so viel springen da, du. Das kann tödlich enden. Wäre doch schade, wenn ein Unfall hier passiert. Warte mal weg, kannst du denn jetzt mal hier weg? Es passiert nichts, das muss hier weg. Stimmt. Und der hat doch eine Silenced. Und der hat eine Silenced. Aber der ist ja nicht Silenced, ja. Oh oh. Ciao, ciao. Oh oh. Der hat den ganzen Kindergeburtstag gesprengt. Oh nein. Boah. Der war das knapp. Ach so, ich muss noch länger hier bleiben. Junge, Junge. Ich bin ein paar Tisani. Wer hat eigentlich hier Geburtstag beim Kindergeburtstag? Ich weiß nicht, wer Geburtstag hat. Ich weiß nicht, wer Geburtstag hat. Ich weiß nicht, wer Geburtstag hat. Jetzt könnte jemand ausruschen. Maxi ist es. Komm her. Komm her. Wollst du mich Friends shippen? Mit der USP? Leute, Maxi will mich Friends shippen. Nice. Er ist noch abgescored. Aber er hat mich angeschossen, Juli. Ich hab's gesehen, ja. Wieso tötest du ihn? Aber du bist doch noch healthy. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast doch gar kein Leben verloren. Lüg dich an, Juli. Ich verkauf dich für blöd. Ich verkauf Juli gar nicht. Sie heißt nämlich Juli verschenkt. Kann mal was passieren? Schon wieder hat mich Maxi angeschossen. Auf 74. Das hast du selbst. Wie denn? Dann war es Juli. Ich kann mich doch nicht selber anschießen. Er kommt, er kommt. Warte mal, das möchte ich lieber doch nicht. Du bist das Juli. Ich wollte dich auch mal runter schubsen. Du bist das Juli. Ich wollte dich auch mal runter schubsen. So wie Dalu. Ja sag ich doch, siehst du? Juli hat mich grad nicht runter schubsen. Aber nie. Beide sind böse. Maxi. Maxi ist es. Oh, hier riskanter Weg, Geheimgang. Gute Ausgangssituation mit der Waffe. Ich hatte ja seinen Friends aber schon gesehen gehabt. Aber ich hab den noch nicht rausgeholt gehabt. Echt? Nee. Das war wirklich die USP? Ja, ich weiß nicht was du gesehen hast in dem Zeitpunkt. Ich wollte dich halt dann leben lassen, weil ich dachte so, komm lass ihn nochmal. Ja, das siehst du ja öfters. Anscheinend siehst du ab und an bei Traitor Items, obwohl man die noch gar nicht hat. Ja, ja, wirst du da. Komm dran. Was hast du meine Standard aus? Ja, nee, ist klar. Du hast eine Scheiße an der Hand hast, hast du Scheiße an der Hand. Was? Was? Du hast gemeint, ich habe die Scheiße aus. Ja, die Scheiße aus, ne? Die Scheiße aus. Du hast doch als Traitor, ich sag mal zu 95% hier die Mertürer. Den hab ich erst dran gekauft, dass ich schon confirmed wurde. Die Mertürer. 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 Mein Auto auch. Mein Auto auch. Nein. Ey, Goro hat drauf geschossen. So war's. Also es ist nicht der Typ, der auf die Fäzer schießt, sondern wenn man sich neben ein explosives Fass stellt, muss man damit rechnen, dass es geschossen wird. Eben, das ist nämlich lustig. Ha ha. Ha ha ha. Lustig. Ha ha ha. Haben sie gemacht? Die Mertürer. Die Mertürer sind nur noch ein Spiel des Spaßes. Ist das hier Botts das Leiche, Goro? Nein. Oh, schade. Äh, doch, vielleicht. Ist Goro grad expl- Goro? Hier wird gemordert. Mordert. Und warum bist du? Hä? Bist du es, Juli? Nee. Am Arsch. Da oben wird gemordert. Hört ihr das? Hier wird mit der Schauze geschossen. Oh Gott, der Dalu ist gefallen. Aber er hat ein Ding ins hier. Wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Hey, Juli! Da wolltest du doch mal ein Schief gegen... Gramps bitte abschießen. Ich bin Detective und hab ihn low geschossen. Ja, das ist ein Lügner. Hab ihn. Danke, falls er ein Fade hat. Ich dachte, falls er einen Fade hat, sollst du sterben und nicht ich. Ich geb mich davor noch mit, ey. Aber der hat sowieso einen Fade. Ich hoffe doch. Immer. Gibt ja kein anderes Item, das er sich kaufen kann. Und er umgehen kann. Doch, die Märtyrer! So, wie viele leben. Erstmal gucken, wen Gramps alles getötet hat hier. Ja, in den zwei Credits. Jetzt gehen wir doch noch nicht durch die Liste an, Alter. Silent Snibber. Kundran. Oder Toto. Einer von beiden, ja. Jetzt fliegt doch hier nicht rum! Was? Wie hast du das überlebt? Da kam Blut. Nein! Ah! Gott! Ah! So schön angeflogen gekommen! Wo ein Head-Board hattest du mich, oder? Nee! Du hast daneben geschossen! Weil du mich nicht getroffen hast! Da kam Blut raus! Ja, das war... Hab ich ein Blood-Pack gedroppt! Das waren nur Fake-Effects! Fake! Wer futter denn schon wieder nebenbei? Goro! Kann nur Dalo sein! Nein! 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 Immer wenn ich mit Kamera aufnehme, esse ich nicht! Seit 2016! Du hast doch immer Facecam! Nee! Nee! Ab 2016 ist doch alles anders, Goro! Verzieh dich einfach fest! Ich will hier wieder ne Falle bauen! Hä? Da hab ich den Newsletter eigentlich... Du hast schon wieder nicht gelesen! Nee, ich hab den nicht gelesen! Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe! So unhöflich! Eine kleine Botze, ey! Wenn du mir meinen Spaß kaputt hast... McFly, Disco, lauf! Dies ganz... Nein, 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 nein! Der lauft doch! Ich bin auch mal ganz vorbeigelaufen! Gib dir gleich! Fick dich! Wer war das denn? Gib ihm, gib ihm! Hast du... Goro? Ja, bitte? Hallo! Hast du ihn grad umgebracht? Goro rennt nach oben! Wird ja wohl noch mal erlaubt sein! Ja, Überblick über alles! Goli! Disco! Oha! Goro, ist da grad jemand runtergeflogen? Ja, ja, ich glaub da ist ja das Zeichen! Erst floppert er dann und springt dann selber in den Tod! Alter! Ich weiß bei den Wolken! Gefährliche Gefühle! Wieso floppelst du? Oh! Oh! Unschuldige! Na komm dran! No risk, no fun, ne? Ich warte drauf, dass du einen tötest! Mhm! Dann kann ich dich nämlich... ruhigen Gewissens abschießen! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Tartau is it! Ich glaub auch! Worm Arsch! Wollen wir ihn machen, Fizz? Tartau! Tartau! Kleine Juli! Kleine Juli! Kleine Maxi! Also, geht doch! Kleine Juli! Robotster! Ey! Ist das ernsthaft? Ernsthaft? Wer ist hier bei mir übel mit mir? Kunt hat es gestorben! Call the detective! Call the police! Der ist weg des Sniper zu wollen! Call 911! Someone call 991! What the fuck! Heck fly! Hast du's gelogen? Wo bist er? Ich gelogen! Ich hab ihn gemacht! Nice! Identifizieren! Danke! Oh Gott! Ich war über den Bäumen! Es lebt keiner mehr! Ah, okay! Warum lässt du den Grappling Hook dann los? Er hat dich nicht gekillt, Tartau! Ich weiß! Es steht doch auch im Chat! Also, für mich! Max hat das ja erzählt! Ich hab die ganze Zeit gedrückt gehabt! Weil ich hab danach Goro zugeguckt und dann einfach den Grappling Hook losgelassen! Aber abgedrückt! Aber Goro, warum hast du auch nichts dazu gesagt? Ich hab dir gesagt, dass du ihn nicht mit dem Flopper gekillt hast! Hä? Flopper fachbar! Du hast ihn auf dem Flopper gehabt, oder nicht? Nein, hat er nicht! Sonst wäre er nicht gestorben! Achso! Echt? Deswegen dachte ich, okay, er geht... Ich dachte so, Goro will gucken, wie hoch die Map ist, fliegt nach oben, lässt sich fallen und dann kommt der Flopper und dann klatscht da einfach raus! Ich wollte ja gucken, wie hoch die Map ist, aber wenn du oben wüsst und du denkst, kommst du irgendwann nicht mehr runter! Ganz schön brutal was ihr hier macht, ne? Ey, wer hat meine Falle zerstört! Oto! Ohohohohoho! Querschläger! Das war echt ein Querschläger! Du hast meine Falle zerstört! Tautor war das! Tautor ist es! Hä? Tautor ist es. Nein, Akundran ist es. Grants Tautor oder Akundran? Sorry. Einer ist es. Einer ist es. Hier. Hä? Tautor hat zwei Leute getötet. Nein. Weil er einen Kar gesehen hat. Rot gesehen, ja. Ich hab einen Kar gesehen, alle abgeschossen. Sorry, Akundran. Entschuldigt dich aber nicht bei Grants. Was machst du denn? Du hast echtes Vertrauen. Was machst du denn? Entschuldigt, da ist einer runtergefallen. Was? Wer? Ja, keine Ahnung, wer das macht. Warte, wer fehlt denn? Ja, wer fehlt denn? Wer fehlt? Bitte mal seufz. Ich glaub, der Diet ist. Der Diet ist. Fisk! Fisk! Ja, ich versuch! Okay. Genau, wer ist denn noch übrig? Hm, Juli. Tautown, Maxi. Was? Juli. Wo seid ihr? Was? Ich bin gewappnet, Kinder. Du bist gewappnet? Mhm. Wer auch immer mit einem Firesound hinter mir herfliegt. Was ist passiert? Hä? Nee. Was ist passiert? AWP, okay. Ihr Sniper mal wieder. Gute AWP. Der Sniper. Ein Schlüber. Dieser Feuersound nervt. Was macht der Feuersound? Ja, aber irgendjemand viel liegt mir hinterher und hat gebrannt anscheinend. Fotoabgeruch. On fire. This girl is on fire. Ist... Wir töten würden. Der Hals ist nur in der Hand, Klappotster. Nein, nein. Ich werfe es gleich auf den, okay? Und du schießt. Hier, Fisk soll sterben. Anfangs Disco. Schieb doch mit. Los Leute, den kriegen wir. Das Ding geht gleich in die Luft. Das weißt du schon. Parti, 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 Parti. Geht weg von mir. Geht weg. Du fangst nichtудlich. Die Gangste treuer. Du Bängel, ey. Du Bängel. Du Bängel. Ich war da. Oh Gott. Runde gesprengt. Fisk ist es. Fisk ist es, vielleicht mal Tschüss. Detective Buffett. Irgendjemand Silent Snifert hier noch rum, oder was? Julie. Ja, behindert bin ich. Was? Ich kann nicht hinbekommen. Von Mordanschlag. Wir kommen ran, ist es! Was? Hast du mal entsorgt, gell? Eher den unnötigen. Entschuldigung, ich darf ja nicht reden. Es ist Tautau. Warum? Tautau hat gerade auf mich gezielt. Ich habe auf Grants gezielt. Guck mal. Jetzt hat er es zugegeben. Ich würde auch mal snipe bei mir. Wer ist es denn? Tautau und Kundran. Am Arsch. Am Arsch. Tobi, ich wollte nur mal schießen. Sonst würde er sagen, Affe vielleicht oder so. Aber nicht am Arsch. Ja, Affe. Ronshoki, Affe. Und verdient der Revive. Da ist er jetzt. Oh, er wollte auf meinen Kopf schießen. Es ist Tautau, Tautau geschossen. Er sagt eh. Prost sich. Kunran, Kunran, Kunran. Ja, Kunran ist ja schon safe. Schon safe, ja. Ey, Kunran, ey, Tautau ist es wirklich da. Ja, er war im Dead Ringo. Bitte nicht slammen. Wo kommt der jetzt her? Nicht slammen. Wenn der hier rüberkommt. Hau ab los. Wäre doch schade, wenn du hier rüberkommst. Nein. Sag mir, woher ist es? Ich slam ihn da unten drin. Da unten drin. In dem roten Haus. Oh Gott. Da steht mein Fahrzeug da. Oh, Entschuldigung. Da bin ich nicht. Ey. Warum nicht? Ich fällt. Ach, so wurdest du wiederbelebt. Stimmt, er hat sich doch mit Fisk am Anfang gesprengt. Entschuldigung. Ah! Ich würd gern Q drücken, um ihn zu markieren, aber das ist nicht gewollt. Paddle Shield? Ah, schade, ey. Hast du überhaupt Schaden zurück? Ne, Tau von Tau Tau nicht. Ne, ne, meines Cranks zum Schluss. Ne, ich hab auch nur von Kunran dann in den Rücken. Ja, ich auch. Mach da gerne. Dover hat uns gekillt und kommt davon, ey. Ich hab's gut angekündigt. Dann darf man ja auch. Ach, dann ist okay. Ich glaub, der Verräter wird wiederbelebt, ey. Wieso, du hast doch auf das Fass geschossen. Habe ich überhaupt nicht. Das Fass explodiert gleich, hast du gerufen. Ja, weil's ins Brand geraten ist. Hier, komm, ey, das Fass fallen schon. Das ist mit dem Fass los. Das geht erst los, wenn die runter anfängt. Nein, 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 nein. Wie soll das wirklich drauf eingehen? Hier, Fisk, rennt nach hier oben, Leute. Ich fühl mich hier nicht so drauf auf. Alter, guck dran. Ich krieg ihn noch hoch. Koro schon wieder. Alter, nee, das ist normal. Crazy Firestar. Wieso hast du an mir vorbeigeschossen? Ach, das Fass, das explodiert ist? Ist hier noch ne Schoddi? Oder einen Sniper? Hinten brennt schon wieder. Julie, rennt auch Fässer zu. Man macht sie kaputt. Goro, Disco! Nein, Julie, nicht die Waffe. Ach, ich wollte die Waffe haben. Das Gitarre springt doch hinterher. Vorsicht, Goro. Fiss, du bist dran jetzt. Da hinten, Dalu schlägt mich. Disco Bobo. Achso, ich soll rüberkommen. Der Disco Bobo. Ich soll rüber. Ich komme. Gibt's eigentlich kein Täubchen mehr. Angeschlossen vielleicht. Du Mist. Ich drehe wieder rum. Julie is straight. Nein, sag mal. Ich will es nicht. Ich... Ich möcht's so wissen. Ich schaute. Nicht gefunden. Ich schaute. Ich schaute. Ich schaute. Eigentlich gar kein Täubchen mehr. Ich bin's nicht. Wenn ihr das rausfindet, wird's lustig. Dalu ist es. Dalu ist es. Dalu ist es. Da drüben. Jemand hat sich selbst umgebracht. Verbotster. Warum? Dead Ringer hat er an. Hat er an? Hat er an? Hat er an? Den Dead Ringer? Hat er, hat er? Hat er? Ist er denn? Hat er hat. Nein, den roten Würfel. Im Trader Room nennt sich das. Am Arsch. Am Arsch. Und grundrein ist der andere. Confirmed. Julie? Wie lacht's doch nicht so aus. Julie? 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 Was macht's mit der? Der scheiß Glanzand. Ich ergebe mich, Traitor. Disco-Bobos. Die Disco-Bobos. Der Schrei. Wo ist Max Nissen? Bei mir. Ohohohohooh. Bist du da du? Oh Gott! helpless. Hahahaha Noooox Gnadel Gnadel Diese, vor allem, wie er einfach rauskommt, dass die dicke Granate rausfällt Wie ne Pinata, ey Dicke Granate Dicke Granata Der Faszinator war echt nice, ey Da sind zwei, glaub ich, geflogen Ja, Fisk und ich glaub ich Womit hast du mich getötetet? Dich? Ja, ich stand vor dem, vor dem... Frag Grenade Hört man doch Ne, die war drin Tack im Eingang Und Julie schießt direkt auf die Feste Muss mich hier verteidigen Wie im wilden Wäschten 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 Hh Hahahaha Hahahaha Hoh Waaaa Da ist alles runtergefallen und der andere ist Fisk, der arme Teufel. Der andere ist Fisk. Was kommt denn, warum das Spiel ging? Kommt denn, warum das Spiel ging? Ja, das war die. Das ist witzig, weil es wieder Fisk ist. Ach, wieder vor allem. Witzig, weil Fisk. Was denkt ihr denn hier? Was willst du? Oh nein. Das war nicht TauTau. Die hat sich selbst getötet im Übrigen. Nein, sie hat da nicht selbst drauf geschossen. Doch, ich hatte eine Krupa in der Hand. Ja, du warst das auch nicht, aber da hat jemand anderes drauf geschossen. Okay, danke. War da noch umgerannt, der letzte oder wie? Nein, der musste irgendwo von drüben. Es waren drei Leute auf der Treppe. Ja, TauTau, Juli und ich. Ach so. Hallo. Hallo. Aber bist du jetzt blöd? Ich geh mit dem Fass weg. Exklusiver Slam. Vielleicht war es er. Oh nein, Slam von da oben. Zum Fass, zum. Come on and slam. Hinter der anderen hat doch die Fässer. Ein Fass. Ein Nez Negev. Lennart. Sei leise. Lennart. Okay. Ich geh schon in die Ecke. Mann ey, es kann ja wieder nur Kunra sein. Und TauTau. Guck auf den letzten Dächern bitte. Disco. Aber ihr gebt zu, dass ihr jetzt beide seid. Tau. We wanna play a Little Game. Scheiße, das sind zwei. Hohohohohohoho. Was ist das für ne Disco! Das war ne Disco! Make fly this girl! Das war keine Disco! Das ist mir das andern, dude! Hast du auch mit Rav Granite auch gespissen? Jojo. Ach, Maxi hat uns gesprengt am Anfang. Jo. Ich dachte, Fisk hat einfach raufgeschlagen. Die hab dich schon genutzt. Aber Julie, die hast dich selbst gesprengt, oder? Mhm. Ich dachte, weil ich davor doch gelästert hab, dass die anderen damit gespielt haben. Matthias, war Karma. Das ist aus Versehen passiert, ja. Karma ist eine Bitch. Da ist sie abgeputscht. Karma ist eine Bitch. Krasser Fisk. Krass. Ja. Fisk, du wärst so am Arsch. Alter, es ist Fisk. Was? Warum hast du auf mich ge... Lass mich hier nicht raus. Lass mich hier nicht raus. Wir sind draußen. Du bist so gut wie tot. Graftronade hier unten. Oh Gott. McFly schon wieder. Ja, ich steh doch selbst hier unten. Habe ihn. Ich hab den da die Dings geworfen. Tau, tau. Ich hab den da nicht drauf geschossen. Ey. Der hat keine Punkte. Gar keine, oder? Hier sind gar keine Toten. Dann ist Juli die andere. Hey Max, mach keinen Schein. Gibt keinen Schein. Gibt keinen Schein. Gibt keinen Schein. Ach, liegt noch nicht. Wieso? Hör auf, Bots. Dalu zielt das nicht. Kuckuck. Was ist da? Aua. Oh nein, Dalu. Oh nein. Was ist da nun voll passiert? Was ist denn passiert? Nichts, nichts. Oh mein Gott, Dalu hat sich mit umgebracht. Das heißt, Dalu und Goro sind tot. McFly und Juli können sich duilieren. Alles auf, McFly. Hä, ich hab doch den Tautor getötet. Und was mit Fisk? Der ist tot. Wo ist er denn tot? Aua! Ich bin's nicht, aber du, oder? Was ist dir denn, Klabotzer? Ich hab Tautor getötet, da liegt er. Was ist denn jetzt? Maxi ist es, glaube ich, nicht. Lauf, Maxi! Hilfe! Na, 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 nicht auf mich. Vielleicht gerade auf dich. Fui ist das, Juli. Wo ist die denn? Hier unten im Gang. Die Fleet. Jetzt tut man nicht so, als wär ich's. Aber du bist noch die letzte Überlebende mit mir. Fisk ist hinter dir. Wie, Fisk lebt noch? Hi. Also, hast du vielleicht noch Fisk? Wieso hast du dich vorher nicht zu Wort gemeldet? Weil ich tot war. Ich darf ja nicht reden. Das hab ich dir gesagt. Jetzt musst du wegen dir, musst du Maxi jetzt leiden. Maxi ist es. Nicht wahr. In Spaßsinn. Ah, steht der Camper wieder. Pfff, Camper. Fisk hat ein Sniper. Ja. Der gibt's Sniper. Kann nur der Traitor kaufen. Mach ihn, Juli. Mach ihn zu dir. Schnell, Juli. Schieß. Was? Glaub denen kein Wort. Ja, es ist Maxi. Warum? Weil er sich durchgeheilt hat. Achso. Oha, spiel dir mal wieder einen anderen aus als ne Sniper, yeah. Ich hab keine Sniper. Richtig. Da kommt der Juli durch den Gang. Ich bin hier und du bist dort. Hä? Jetzt hilf mal, Botster. Da ist er. Naja. Ohohoho, da... Oh. Oh. Schau, Juli. Oh nein. Und wo denn jetzt? Er ist auf jeden Fall noch hier unten, irgendwann. Hier rechts müsste er sein können, irgendwann irgendwann. Ich bin schon in dem Gang da drin, Vorsicht. Hoi. Schien. Letzte Runde. Ciao, ciao! Oh, den Hut abgeschossen. Oh, den Hut abgeschossen. Warum musst du mir am Wasser abgeschossen, Kranz? Hä? Weil ich gesehen, ob das die Grenade geworfen hat. Nach dem... Zehn Sekunden, nachdem sie hochging, hast du mir erst erschossen. Ich weiß. Ja und? Wollt ihr noch ne Chance geben, davon zu kommen? Danke. Zu freundlich. Negev. Fieska hat grad schon wieder rumgeraged. Wieso? Ja, du hast mich einfach am Anfang angeschossen. Ich hab dir ins Gesicht geschossen, ja. Ja, genau. Genau das meinte er, glaub ich. Runter mit dir! Oh, schade. Gute Fässer. Oh, oh, Julie! Ja, aber echt. Der hat ne Reaktion. Der schieß drauf. Fautor schieß drauf. Fautor ist es. Ich entschärfe die Situation. So ne Scheiße müsste ich umgehen. Der Scheiße. Gura hab ne Negev, das ist ne Traitor-Waffe. Ich hab ne Negev, das ist ne Traitor-Waffe. M-N-N-negeth M-N-N-negeth? M-N-negeth M-N-negeth Macht ihr grad über Leute lustig die stottern? Nein N-n-n-n-nein Aha! Der Alu wollte den Deton brämmen Wollte ich ja wohl nicht Das gibt auch Leute, die zu rappen Du meinst ein Redaktiv Tracker, was die Farbe gelegt hat? Das ist- Goro was haben sie da in der Hand? Außer den Negev? Eine ... Ein Negev Das werden auf dich gerockt Ja ver- 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 R Alter, was läuft hier eigentlich alles hoch? Goro sie ist Freiswapsschuss! Okay. Wow! Oh! Das war echt gut, oder? Ja! Ich bin Dete. Denkst du, ich mach Spaß? Er ist ein Ranked Game hier. Wow! Okay. Es ist Ranked Game. Ist er, ist er tot? Ja. Habt er geregelt? Ja. Guck mal hier, Juli. Ich hab was für dich. Hast du Hunger? Nein, danke. Hey. Das ist die böse Mikrowelle. Okay, jetzt versuch mal was. Risky. Nicht schubsen, bitte. Juli, heil dich, Detective Prophet. Yes. Nice. Ich lass es lieber. Kann ich mich jetzt echt heilen, oder? Ja. Ich bin doch der D-Til. Ich trau dir nicht. Was? Selbst als D-Til. Juli, frei zum Abschuss. Au! Ey, auf mich wurde gesnipert, hallo. Auf Juli auch. Ja, von dir. Ja. Aber auf mich wurde wirklich gesnipert. Oh Mann, lass die Arme. Du hast doch gesagt, frei zum Abschuss. Ja, doch nur aus Spaß. Ja, Entschuldigung. Seit wann nimmst du sowas denn? Ey, wann nimmst du denn nun? Nimmst du wieder auf? Ich kann es nicht. Warte, ich kriege es mir. Dann verstecken wir die Leiche. Warte, schieb die Mikro rüber. Oder bestimmen sie. Ist es noch warm. Der ist denn jetzt der Letzte? Der Letzte ist irgendwo da oben. Entschuldigung, Juli. No. Tonight. Ja. Ehrlich. Jetzt meint sie. Die Detektiv hätte ich wiederbeleben können. Ja. Hätte er nicht. Hätte er doch. Weil Goro einfach schon alles gekauft hat, der Mube. Goro kann auch mal ein bisschen sparsamer sein beim Spiel. Haha. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. Tschau. Tschau.